Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation. Bäm. Oh. Was? Eine Rutschaft reingeschautet. Systemschock. Äh. Da ist, ach die Batterie. Da ist auch eine Ladung drauf. Jetzt haben wir null. Jetzt habe ich ihn leer gemacht. Super, das ist ja toll. Ich bin ja ein Held. Elektroschocker. Null. Da gibt es bestimmt einen Bauplan zu. Und den habe ich vergessen einzusammeln. Na toll. Ja gut, aber wir wollten ja eigentlich den anderen Druiden unten erwecken und er soll uns hier das Lager aufmachen. Das Alien lässt uns jetzt seit Geroma-Zeit in Ruhe. Geroma, nicht Geroma. Okay, wir nehmen dich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponenten-Lager Reihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber mach mich zu einem Krar, ja? Hilfe, ich bin ja schon. Sog drauf. Ah, ich meineinen. Ich bin ja nie. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Böge mich zum Töten. Ich bin ja schon. Ich bin ja. Wir sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Nicht da rein. Nicht da rein. Nicht da rein. Oh. Merke, Syntheten brennen gut. Gut, dann gehen wir hier durch. Ist auch gut. Nee, gehen wir nicht. Verdammt. Ich dachte, wir gehen hier durch. Ein Rätsel. Wie weit kann man hier runterfahren, diese Regale? Ach so. Das geht. Ich würde gerne das Regal fahren. Ach das hier. Genau. Regal 1. Reihe 5. Oder was war das? Stehe ich hier richtig? Stehe ich hier richtig? Okay. Jetzt müssen wir zurück. Hast du auch immer die Strom ausgeschaltet? Was ist das? War ich das? Ich befürchte fast, dass ich diesen Alarm jetzt ausgelöst habe. Was ist das? Ich kann mir so was für nen Shortcut nehmen. Biss ich es? Biss ich es? Ich nehm so was für nen Shortcut nehmen. Ich kann mir so was für nen Shortcut nehmen. No. Aber. Dann kann ich es da. Ich kann mir sowas für nen Shortcut nehmen. Achso, Moment. Hier waren wir doch schon. War doch gar nicht so schlecht. Dann wollen wir nicht durch den Raum hier. Wir kommen gleich in den Schacht rein und dann geht das irgendwie hinten rum. Oder so. Ne, hier kommen wir leider nicht lang. Hier. Jetzt kommt es vor mir raus, oder? Freichern. Langsam kommen wir noch mal ein bisschen voran hier. So. Wo jetzt hin? Äh. Schon wieder speichern. Machen wir uns wieder das Laden gespart. Da oben stehen welche. Jetzt wird es ja hier gemacht. Das ist ein normaler Mensch. Hatte mich gesehen, oder? Was ist so? Was? Ist da draußen jemand? Hey, Lida! Ne Scheiße, da draußen ist irgendwas! Frag mich, was meine Kinder gerade sind! Fuck, fuck! Was, 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 äh... Los ist! Das war im Schach! Nichts hier! Jetzt erschrecke ich mich von meinem eigenen Schatten! Der muss mich zusammenreißen! Genau, geh weg! Sonst muss ich nämlich den Revolver rausholen! Das war's! 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 Das ist überall so leer! Ja! Was soll ich denn hier in den Ausgang finden? Das war's! Das war's! Das war's! Ich hab's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! fehler 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 ich bin doch fertig hier ist nicht der ausgang was ist denn hier versteht er aufsichtsbühne die können wir speichern und dann stürmen wir den raum also für den schuss am anfang verschwenden ich habe nicht gedacht dass wir so wie ich schuss finden naja was Entschuldigung, ich muss mal einmal vorbei. Okay. Was sind das für eine Pistole? Ich treffe ja gar nicht. Vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, meine Rauchranasse zu benutzen. Ich habe nicht eine gebaut. Wohl wenn sie eh eine Blendkralle hat, ist noch viel cooler. So. Was war das? Was war das? Was war das? So einfach geht ihr platt zu machen, obwohl der Elektroschokar gar nicht geladen ist. Ja, dann schauen wir uns doch mal hier um. Ist hier noch etwas? Was wir verdienen können. Gut, wenn etwas interessantes wäre, hätte uns das Spiel auch angezeigt, ne? Was ist das? Was ist das? So. Jetzt schnappen wir uns wieder den Elektroschokar. Der hat ganz gut reingeholt, hätte ich ihn ja nicht gedacht. Achso. Achso. Bevor wir weiter gehen. Sieben Schuss für den Gewäufer. Die laden wir mal nach. Hier noch etwas interessantes? Dort. Magie gering. Okay. Dann müsste man erst irgendwo wieder eine Umleitung machen. Und hier Plasmaschneider. Wenn ich auch sage, super, dass man hier Plasmaschneider benötigt, kriegt. Und man ist hier, hat das schon vor Ewigkeiten gehabt. Ja, gab es schon wieder einen Erfolg. Hier war es mit Vollpfosten. Nein, Vorpostenstatter, glaube ich, ne? Gehen sie zu Simate Trans... Trans... Trans was? Transmissions? Transis... De... Transit Station. Ach. Transit Station heißt das Wort. Ach, hier sind wir wieder. Ich glaube, hier ist ein Safe-Gebiet. Jetzt haben wir hier was geöffnet. Ein Shortcut oder was? Jetzt macht er hier so einen Krach. Jetzt kommen wir von hier nicht. Hier waren wir noch nie. Siegten Sicherheitsproxy. Erfolge ohne Ende hier. Das motiviert. Ich gehe davon aus, dass wir hier in einem Safe-Bereich sind. Ja. Sie hatten klare Anweisungen, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Hey! Weisen Sie sich aus! Ripley. Von der Torrance. Ruhig, Ricardo. Was zur Hölle ist hier los, Marshal? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Ich habe das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es ihr angeschleppt. Der Käpt'n der Anne Sidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat. Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Siegson-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Erfluchte Androiden. Ripley. Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier, aber der liegt lahm. Transitkontrolle ist oben. Samuels hat gesagt, Sie seien Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich. Nachdem Sie schon die Falle vermasselt haben. Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? Riccardo, halten Sie die Funkverbindung, damit wir in Kontakt bleiben können. Gut. Dann wird jetzt gespeichert und ich mache ein Päuschen. Und dann geht's beim nächsten Mal wieder weiter mit Let's Play Alien Isolation. Bis dann. Tschüss.